Herzlich Willkommen zur einzigen werbefreien, finanzinteressenlosen Quelle der Wahrheit, der naturwissenschaftlichen Wahrheit über die Welt. Vor fast vier Jahren hatten wir hier eine Sendung gemacht, Robert Franz hat recht. Jetzt nach vier Jahren nochmal ein Update genau zu dieser Sendung. Ja, Robert Franz hat recht, wenn er die Pharmaindustrie und den Mainstream der Medizin kritisiert. Da hat er vollkommen recht. Warum? Naturwissenschaftlicher Beweis, ganz kurz. Ja, sie sind hier bei nextscientistsforfuture.de, Weltrat, World's Council. So, schauen wir uns doch an, warum hat Robert Franz recht? Hier haben wir den ersten Früharzt und damit auch Frühpharmazeuten und Frühhändler der Evolution. Er sagt die Wahrheit. Ja, ihr müsst euch total naturbelassen ernähren, sonst fehlen euch am Ende irgendwelche Stoffe. Ihr müsst naturbelassene Pflanzen, Gemüse, Obst und so weiter, Wildkräuter, Pilze und so weiter zu euch nehmen. Denn darauf ist euer Stoppwechsel genetisch angepasst und wenn ihr das nicht esst, dann bekommt ihr Mangelerscheinungen und dann fehlt euch quasi, fehlen euch die Betriebsstoffe eures Organismus. Und dann taucht aber dieser Frühhändler, der sich irrende, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, taucht zwangsläufig der erste sich irrende Frühhändler und Früharzt und Frühpharmazeut der Evolution auf. Und der sagt etwas ganz anderes. Der sagt, Nein, ihr könnt ruhig auch meine denaturierten Nahrungsmittel kaufen, die sind genauso gesund. Und dann, um gesund zu bleiben, müsst ihr meine Medikamente, Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Chemotherapien und so weiter kaufen. Nur so könnt ihr dann gesund leben. Was passiert unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung, ungelenkten Markt- und Arbeitsteilung, unter denen wir ja heute noch leben? Und dann, was passiert, dieser wird unheimlich viel Erfolg haben. Dieser wird fast keinen Erfolg haben, sein Urenkel wird irgendwann schließen müssen. Weil hier, er kann billigen Industrie-Sondermüll verkaufen, nämlich denaturierte Billignahrung, kann riesige Gewinnspannen machen und kriegt dann auch noch die durch diese Billignahrung fehlernährten, krank gemachten Menschen sozusagen. Und denen kann er dann noch seine Behandlungen verkaufen, seine pharmazeutischen Produkte verkaufen. Deswegen kann dieser dann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach und den Pharmakonzernen heutzutage, ja, den Pharmawissenschaftlern heutzutage. Ja, insofern hat Robert Franz völlig recht mit seiner Kritik an diesem maroden System. Aber die Lösung liegt eben darin, die richtige Lösung liegt jetzt darin, dass wir Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme einführen müssen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten müssen über alle Verdienstzuschläge für alle Pharmazeuten und Ärzte und Konzerne und so weiter entscheiden, so dass nur wer bewiesenermaßen mein Wohlfühl, meine Gesundheit und meine Langlebigkeit bewiesenermaßen gefördert hat, nur der bekommt noch Verdienstzuschläge, alle anderen gehen dann pleite. Und das führt dazu, dass das Problem gelöst wird. Dadurch kriegen wir dann auch, weil das ja auch die Supermärkte und Restaurants betrifft, in denen ich einkaufe sozusagen, wo ich mein Geld hintrage, die kriegen auch nur noch Verdienstzuschläge, wenn meine Wohlfühlstimmen, meine Gesundheitsdaten sich positiv entwickeln. Sonst gehen sie pleite. Das heißt, wir kriegen eine fantastische Ernährungssituation, alle werden danach suchen, dass wir wieder die Nahrung kriegen, die damals noch da war, nämlich voll hoch, höchstwertige, voll naturbelassene Nahrung mit allen Inhaltsstoffen, sodass dann unser Motor, unser Auto sozusagen keine Mangelerscheinungen erleidet. Und Robert Franz springt kurzfristig ein, indem er sagt, ja, die Leute haben also diese denaturierte Nahrung und haben also alle Mangelerscheinungen, ja, Vitamin D3, B12, was auch immer und so weiter. Und die verkaufe ich Ihnen jetzt. Und jetzt ist halt die Frage, ob jetzt nicht auch bei Robert Franz die Gefahr entstehen kann, dass er mit der Zeit sozusagen immer mehr glaubt, letztendlich, dass alle diese Nahrungsergänzungsmittel für uns alle sehr, sehr wichtig seien, weil er schließlich ja davon lebt. Und weil er dafür finanziell belohnt wird und also nicht ganz finanziell unabhängig ist, sondern er wird ja belohnt, finanziell sehr stark dafür, wenn er sehr stark daran glaubt, dass Nahrungsergänzungsmittel unendlich viel benutzt werden sollten. Ja. Ja, also das heißt, also aus naturwissenschaftlicher Sicht, in vielem hat Robert Franz also recht mit seiner Analyse Schluck Wasser. Aber wir können aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht ausschließen, dass er die Bedeutung von Nahrungsergänzungsmitteln eventuell weit überschätzt. Und letztendlich, weil er dafür so stark finanziell belohnt wird, dass er nicht hinterfragt, ob ein immer mehr Verkaufen von Nahrungsergänzungsmitteln wirklich der richtige Weg ist. Denn er löst das Ursachenproblem nicht. Und das Ursachenproblem wird nur gelöst durch die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten, die dazu führen, dass wir wieder vollwertigste Nahrung bekommen mit allen Stoffen, sodass wir gar keine Mangelerscheinungen mehr haben, weil die Böden renaturiert werden, weil wir vielleicht in Permakultur wieder zurückgezüchtete Ursorten bekommen und so weiter. Und wieder sozusagen völlig natürliche Nahrung bekommen, die sozusagen alle Stoffe beinhaltet, die uns fehlen könnten. Thema bleibt sicherlich noch die Sonneneinstrahlung, Vitamin D3, aber auch das würde ja durch die Wohlfühlstimme und Gesundheitsdaten würden also ja unsere Hausärzte dann dafür sorgen, dass wir genügend Sonnenbad abkriegen, jeden Tag und also den Vitamin D3-Status würden natürlich Schluck Wasser die Hausärzte ständig und fortgesetzt überwachen. Ja, also das heißt, unklare Frage bei der Frage, wie viel Nahrungsergänzungsmittel brauchen wir wirklich und tatsächlich. Ich nehme im Moment nur noch D3-K2-Tropfen, ich nehme B12, ich nehme Magnesium und ich nehme DHA-EPA-Algenöl sozusagen für Omega 3, ich nehme Leinöl, ich nehme Kurkuma und Ingwer kaufe ich immer noch regelmäßig dazu und ansonsten versuche ich eben die ganze Palette aller Naturnahrung sozusagen zu mir zu nehmen. Und ja, also wir sehen ein differenziertes Bild, Robert Franz hat recht bei allem, was die Kritik an dem teuflischen Markt- und Arbeitsteilungssystem mit Big Pharma und allem anbetrifft. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln müssen wir das relativieren und hoffen, dass Robert Franz den Blick für die Wahrheiten nicht verloren hat, durch das viele Geld, was er durch den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln verdient. Wir hier sind finanziell völlig unabhängig und verkaufen weder irgendetwas noch, wir sind hier der Ort der vollständigen Wahrheit, weil wir sozusagen von nichts abhängig sind. Ja, soviel zur, wo ist es, zu dieser kleinen Ausgabe der wissenschaftlichen Tagesschau heute zum Thema Robert Franz hat recht. Mal schauen, ob wir in vier Jahren wieder ein Update zu diesem Thema brauchen. Tschüssi, bis bald.